Wir brauchen keine Rechtspartei, brauchen wir nicht. Allein hier unser Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Ja, der ist alles andere als ein Rechter, aber sein Name, der streichelt unsere völkische Seele. Hubertus Heil. Ja, der war doch jetzt mit Annalena Baerbock, die war noch in Brasilien, um Pflegekräfte für Deutschland anzuwerben. Fand ich auch eine geile Idee. Dann können sich alle auf einen brasilianischen Lebensabend freuen, verstehst du? Im Altenheim Fiesta Brasiliana wird man mit Samba, Karneval und Caipirinha gut gelaunt ins Nierwarme hinübergepflegt, verstehst du? Ja, ja, das ist geil. Ganz anders als heute. Das ist schön. Da werden die Alten nachts nicht mehr sediert, sondern es wird rumserviert. Ja, statt rumliegen, heißt es jetzt rumsaufe. Ja, und anschließend rummachen. Überleg mal, jeden Abend riesen Party, die Tür springt auf und das Pflegepersonal tanzt in bunt glitzernden Karnevalskostümen. Die kommen rein und singen, tanze Samba mit mir, Samba, Samba die ganze Nacht, tanze Samba mit mir. Und weil die Samba uns glücklich macht, leben, leben, eins, zwei, drei. Morgen ist es vielleicht vorbei, tanze Samba mit mir. Ja, rein, oder? Ist gut, ist gut, ist gut. Ja, rein, oder? Ja, rein.